Herzlich Willkommen zu einer weiteren Skin, vorstellen wir uns auf dem Kanal sofort und gleich, der Bushranger hat ja das Voting gewonnen, ja, hat mich ein klein wenig gewundert, weil bei uns war es die Viehdiebin auf dem Kanal gewesen, die euer Voting geschafft hat, aber ich finde Bushranger eigentlich auch ganz cool, also insofern passt schon. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort und gleich ttv, dann auf annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, dann würde ich mal sagen, dann lassen wir es jetzt einfach mal laufen, der Teil hier und los geht's. So sieht er aus, der Bushranger im Game, recht cool muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, das Teil. Das ist jetzt hier. Das ist echt cool. Ich würde sagen, gehen wir mal direkt in das Gameplay rein. Diese Onishaka hat er nicht und hinten den Bienenstocker, der sich auch nicht dran gehängt. So. Wäre natürlich cool gewesen, wenn man das jetzt gesehen hätte mal. Okay, der war nicht wirklich gut. Ich sehe da halt gar nichts. Wahrscheinlich wieder aus dem sichtbaren Bereich draußen gewesen. So. Gucken wir mal. Was? 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 Also mir persönlich gefällt der super, der Bushranger. So in etwa sind wir damals bei der Bundeswehr rumgelaufen. iyorum. Er ist jetzt nicht so der super aktive. Was mich sehr wundert ist, dass wirklich keiner auf ihn achtet. Er ist da oben auf dem Dach, was jetzt nicht unbedingt die perfekte Tarnung für den Skin ist. Direkt neben dem Kamin und er kann auf alle möglichen Leute schießen. Wenn ich das machen würde, würde ich wahrscheinlich gleich einen Sniper bekommen. Das ist echt verrückt. Er ist nicht mehr reingelaufen. Ah, jetzt ist jemand mal auf ihn aufmerksam geworden. Ah, der da. Der hat mich auch ein paar mal geärgert. Ach ja, hat ihn gekillt. Und zack. Auch eine irre Kombination. Ja, und dann hat es ihn zerbrezelt. Was macht er denn da? Mhm. Also Blumen ist schon da. Da war ja mehrfach direkt wieder drauf gewesen. Ja, von wo schießt der denn? Gell? Haha. Direkt von da? Hahaha. So. Dann kann gleich noch jemand. Nicht im Ernst. Da hinten stand einer. Da hinten stand einer. Jetzt einfach abknallen können. Snipen. Haha. Hahaha. Der hat sich verschrocken. Hat er gleich abgedrückt. Hahaha. Oh. Rocket Launcher liegen gelassen. Okay. Ehrenmann. Ich nehme das Teil immer mit. Hahaha. Und wenn ich es nur mache, damit es jemand anderes nicht bekommt. Nein, du fährst jetzt nicht wirklich im Boot, oder? Sieht das nicht cool aus? Was ist das für ein crazy Build? Das sieht echt mal richtig cool aus. Hahaha. Jetzt drückt sie nach hinten in den Sitz rein. Jetzt drückt sie nach hinten in den Sitz rein. Wie cool ist denn das? Hahaha. Nein, er ist gestorben. Oh, schade. Es sah so aus, als würde er drauf gehen. ... ... was macht er da okay er sieht die trip noch aber ich meine ich darf gar nichts sagen ich hatte vor kurzem ähnliche situationen gehabt und bin auch einfach eingelaufen ich gedacht habe es wird von herren sofort ja wenn es euch gefallen dann lasst doch mal bitte einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und charles nächstes mal wieder ein jetzt kann wir mal sehen gucken muss der für füße hat hier schaltet sich mal wieder ein wenn es wieder heißt von light skin gameplays mit mir nebenbei schaut rein macht's gut bis dann und tschüss ich finde den busch ranger cool